Hallo, fliegender Folgenwechsel. Hallelu-lü-lü-lü. Assi. So, gib Gas. Kleiner LKW. Oh, du mein Bodenfreund. Ich hau dich mit der Axt. Da fährt er vor uns weniger als 80, äh 90. Ah, richtig. Ach, das ist Bison, Alter. Der mich vorhin schon geblockt hat. Die Bison-Ratte. Ja, voll weggehuckt, den Wichser. Oh nein, der? Ja. Ist das der, der da blockiert hat? Oh nein, der hat mich vorhin richtig blockiert. Ja, jetzt zieht er aber durch. Oh, jetzt zieht er richtig ab. Ja, gut. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. 90 kmh, wir haben gleich noch echt Probleme, wenn wir von Duisburg nach Calais fahren. Aber diesmal mal mit Fracht. Das ist mal was anderes. Ja. Uns kann keiner was. Aber das dürfte die Tour sein, ne? Ich ne, bin ich der Meinung. Weiß nicht. Guck, du guckst auf der Karte? Ne. Alter, was ganz weiß. Von hinten kommt ein Auto. Nein! Oh, Alter, der hat mich fast... fast, äh, gerammt. Elbake! Au, Backe! Da ist eine Elbake. Der hat kein Licht an der Ruhe und so, Leute. Ja. Doch, hat er eigentlich. Ey. Der hatte keinen Bock nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich hat er nur dieses Tagfahrlicht angehabt. Dieses schwache Licht. Oh, Alter! Was rückt mein LKW so? Ja, Donnerwetter nochmal! Bei der Regen und gleich noch Dunkelheit, ey. Boah. Warum ist das eigentlich noch so hell? Ey, es ist 10. Hallo. Das ist ziemlich hell. Hallo, die ganzen... Das Licht der ganzen Städte? Naja, Alter. Das kommt nicht durch die Wolken durch. Hast du schon mal in einer... äh, hier... äh, in einer Ruhrstadt mal, ähm... hier bei Regen, äh... den Himmel gesehen? Ist auch immer schön hell. Naja, trotzdem. Ja, hör mal. Mit dem Stock auch nochmal. Voll einer abgeschmatzt. Beim Furzen. Äh, Alter. Alter. Das war jetzt echt eklig. Darauf ist mal eine neue Portion Hoden-Schnuffe. Alter, ich bin echt gespannt auf die Folgen, Alter. Ich will echt die Furze holen. Nein! Nee, ganz ehrlich, nein! Das ist wie... wie ehrlich! Das dauert aber noch ein bisschen. Alter, da ist einer geflogen! Juhu! Ich hab Action im Bild! Hast du ihn gehört? Nein! Oh. Boah, Alter! Mein Licht ist gar nicht übertrieben hell. Naja. Wie der eine gleich... gleich auch sein, äh... sein Fernlicht angemacht hat. Äh, du blendest mir! Ich blende zurück! Was ist? Alter, mein LKW rutscht hier voll! Ist das schon wieder Robi? Nee, Robin, ich wollte gerade sagen. Ist das schon wieder Robi samt zu haben, ne? Alter, wie du da vorne am Leuchten bist! Warten, Mutter, Muttenmedium. Ich bin gespannt, ob noch ein paar Leute, äh, ähm, Fernlicht anmachen. Wirst du auch ne gängige Begrüßungsmethode sehen? Ah, haha, da hat... Jaja, äh, äh, ich meine ja auch, ähm, nicht hier so blinken, sondern, äh, anmachen. So, der hat angemacht. Geil. Der eine hat geblinkt, der andere hat angemacht. Äh. Also keine Lichtschupe, sondern, äh, ganz an. Scheiße, ich hab mein ganzes, äh, Fernlicht gar nicht an. Oh, hier ist ne Tanke, da können wir mal rauf. Machen mein Fernlicht mal. Ja, ich hab auch ne Hälfte meines Tanks wieder leer. Ja, nicht ganz, aber... Ja. Alter, ich hab doch diesen Lichtklumpen dabei. Hahaha. Hahaha. Geil. Ich liebe es so, so zu übertreiben. Aus. Oh, scheiße. Mein scheiß Stuhl mal wieder hier. Ich will endlich neun haben. Ich muss ja ihn kaufen. Oh, ein Netz. Aber auch nicht. Warte mal, ich guck mal schnell, ob wir über die erste Kiel. Da über Duisburg fahren. Ja. Aber nicht, wir kommen nicht ganz rauf, aber wir fahren die Strecke Duisburg-Kalee. Da sind wir sogar gleich drauf. Merkt man auch gar nicht hier. Da vorne ist ein Stau. Da sind zwei Blocker. Oh, Alter, hier kommt einer. Da sind zwei Blocker. Alter. Alter, wie kommt der hier gerade? Man merkt, dass man neben... Oh, Alter, der ist am Lenken. Wie die alle ihr Fernlicht anmachen. Ja, mach das ein Fernlicht aus, du planierst mich. Ach, da blockt einer die Auffahrt. Oder blocken welche auf jeden Fall die Auffahrt. Oh ja, der kommt aber... Alter, ich fuhl grad voll durchziehen. Wuh! Das war jetzt knapp. Kannst du mich gerade anpämmeln oder was? Wollen nicht. Ja, macht auch Fanlicht dann. Das ist so geil! Das blendet aber auch. Geil, gleich mal Duisburg-Kalais ohne das Chaos von Duisburg. Und im Hintergrund, die Siedler 2, äh, den Siedler 2 Soundtrack, Mann! Weißt du auch, dass Siedler was wir gespielt haben? Was solltet sich damals, äh? Äh, war das das mit den Cartoons? Also, mehr so... Oh, Alter, rutscht mein LKW. Äh, das ist, das ist auf jeden Fall das Wetter. Okay, heftig. Hä? Fährt da ein Bagger? Alter! Oh, was war das? Rumpel, 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 rumpel. Der macht auch sein Fernlicht an. Geil! Einwand merkt sofort, dass man in der Nähe von Duisburg ist, weißt du? Die werden immer bekloppter. Mhm. Der leckt hier, bleibt stehen, während der rumleckt. Der Wahnsinn. Kommen wir mal von der Seite sind wir auch noch nie, ne, glaub ich? Hm. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau sind. Wir sind bei Duisburg jetzt hier, die Kreuzung Duisburg. Echt? Dann werden wir Richtung auf die Straße Calais kommen jetzt hier. Jetzt ist hier Calais. Das ist die Landstraße Calais. Bloß von der anderen Seite sind wir jetzt. Wenn wir geradeaus weitergefahren werden, werden wir zu der Kreuzung der Calais, äh, in Duisburg gekommen. Ach soo, ah, okay. Ja, hier sind wir, oh Gott, das. Yeah, geil. Camellia mit Ghost. Das Terrorlied, was du uns sagtest. Okay. Passend. Hier ist Terror und, äh, die passende Musik kommt. Oh, Alter, das ist wirklich Terror. Ich will hoch! Fahr endlich hoch! Was? Weg ist er. Mich hat jemand gerammt. Lol. Hoffen wir, ist er weg. Aber nur, aber nur kurz hat er mal einen Hänger. Hm? Zwei locken sich hier auf einmal aus. Das ist Fetten, die kommen morgens so gegen 18, 19 Uhr, kommen die online und BATZ BATZ, Alter, hauen die richtig rein. Obwohl Ghost Mode ist ja, also das dürfte eigentlich nicht mehr ziehen, der Scheiß. Nee. Alter, ich sehe nur diese fetten, hässlichen, leuchtenden, leuchtenden Kloppen hinter mir. Meinst du mein Licht jetzt? Nach dieser Fahrt will wir es aber auch wieder ausmachen, weil es ist jetzt nur ein kleiner Test. Du bist aber schön ruhig hier, muss man sagen. Na gut, das ist mitten in der Woche, ne? Nee, mit der Musik nicht. Ist Sonntag. Boah! Einer überholt mich. Der Storm! Oh, hier ist diese, ähm, Eskugel. Ich glaube, das ist ein Prince of Persia, äh, Bild. Also nur ein, äh, so ungefähr. Wow, wow. Da habe ich gerade einen Ausrutscher gehabt, als ob ich auf Eis fahren würde. Also. Heftig, ja. Es ist einem eindeutig das Wetter. Geil, ey. Wie die alle hier blinken. Wie steht einer? Aber die Meisen machen eine Lichthupe. Also am Ende der Kurve steht einer. Oh, der steht sogar auf unserer. Äh. Oh, jetzt ist er weg. Alter, was spawnen die sich? Hä? Wieso tun die alle diesbauen, wenn ich vorbeifahre, Alter? Ist jetzt der Dritte, ey. Komm hier vorbei, zack, hoch, weg sind sie. Ja, du bist der Terminator. Ich sag dir nicht, ich fick sie gleich alle weg, Alter. Ja, der Starn. Was ist los? Ich überhole dich nicht. Bist du bekloppt? Ich kann dich nicht überholen. Junge! Oh, Alter. Was macht der denn da vorne? Ja, der Starn, der fährt immer langsamer hier. Jetzt zieht er mal durch. Was macht der da? Jetzt fährt er auf dem Gras. Der ist wohl gekifft. Ich kann doch hier nicht mit Fracht überholen. So, wie heißt das hier? Duisburg-Calais auch noch nie, wa? Alter. Kommt gerade einer dir entgegen? Nee. Gut. Also, wenn das Auto bei dir schon vorbei ist, dann nicht? Gut. Boah, Alter. Der Typ hat mich gerade aufgereiht. Bist du vorbei? Ja, klar. Aber wieso überholt er mich erst und dann lässt er mich vor? Das verstehe ich nicht. Boah, bist du weit weg. Ja, der Typ hat mich richtig aufgehalten. Achtung, jetzt kommt der. Ich bin schon durch. Elmo-UK. Elmo-UK. Ich hab das leider nie gesehen, also... Nicht so richtig. Jetzt überholt mich, Alter! Während er... Leute, komm! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay. Der ist auf mich gelandet. Alter, was ist das denn für ein Assi? Ein Prozent am LKW. Gott sei Dank nur. So, ich stehe hier jetzt gerade noch. Hat der es dann überholt? Nee, der steht auch. Ja, der... Ich glaube, der hat gesehen, dass ich YouTube im Namen habe. Ja, was ist das? Herr, kommst du jetzt? Nee, oder nicht? Ja, ich wurde leider gedreht. Mir ist ein LKW auf den Kopf gefallen. Alter, das war aber eigentlich mega spektakulär. Das war noch spektakulärer als bei dir. Auf unserer ersten Autokalé-Fahrt. Wer ist denn jetzt? Ist da jemand vor dir? Nee. Der Star ist hinter mir. Oder noch einer. Oder noch jemand anders ist noch hinter mir. Weiß ich nicht. Jetzt komm ich. Zum Glück hab ich kaum Schaden. Heftige. Ja, der hat mich voll wegge... wegge... zischt. Der ist, äh, der hat... Der wollte mich überholen. Vor mir, aber, ähm, äh, auf der Gegenfahrbahn, äh, aber vier, äh, andere Fahrzeuge. Der auf dem grünen Streifen... Äh, heftige. ...hat, hat, hat drei vorbeigelassen und ist dann, äh, bei einem vierten voll gegen... Frontal gegengeknallt. Oh, Alter, der wollte auch gerade überholen. Genau, vor mir gerade. Oh. Der drängt voll einen ab, Alter. Was ist... Was sind das hier für Assis? Alter, Alter. Hey, kennst du das, wenn so ne Blubberblasen am Arsch nachem Bubsen sind, ey? Alter! Alter, wie kommst du jetzt da drauf? Oh, Alter, ist das... Oh, Alter, voll am Rutschen. Wie, Alter, war voll am Rutschen. Oh, was? Oh, YouTuber. Livestream YouTube Channel, äh, 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 hello, hello, hi. Was? Ich sag, wir müssen auch mal Livestream machen bei YouTuber. Ja. Eigentlich ja. Oh, ist das ein Assi wieder. Ja, bist du schon wieder am Arsch? Ne, ne. Aber, äh, ich musste stark in die Eisen gehen. Bist du hinter mir, ne? Ja. Aber ich hab hier echt zu kämpfen mit, äh, Rutschern. Du nicht? Ne, absolut nicht, war nicht. Ich fahr halt Scania gewohnt. Sozusagen. Ja, aber... Bei dir rechnet das, ne? Stark, oder? Ja, ja, ja. Okay. Oh! Wie kann ich hier echt... Was ist denn bei dir los, Alter? Äh, äh, die, äh, die, äh, die, 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 ja, die rasen aber immer so in, äh, in den Kurven. Und ich denke immer, die kommen jeden Augenblick, äh, auf, auf meine Spur. Kräftige. Vor allem, äh, wenn ich, äh, bedenke, dass hier auch noch, äh, alle, ähm, rumleggen sind, manchmal. Beziehungsweise, äh, bei der Geschwindigkeit, die Server nicht hinterherkommen. Oh, 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 Alter! Duuuhu! Bats! Ja, geil! Also, irgendwie hab ich das Gefühl... ...da waren halt drei auf meiner Spur, also da konnte ich nichts machen. Nach Rotterdam, okay. Nach Rotterdam? Ja. Wieso nach Rotterdam? Ich bin jetzt in Rotterdam. Das heißt, du musst diese Strecke hier nochmal fahren, oder was? Nee, ich glaub, ich muss die Strecke nicht nochmal fahren. Glauben doch. Nee. Ja, wollen wir. Ich guck mal gleich, wo wir hier sind. Aber nicht ganz, ich bin jetzt mittig, ziemlich mittig bin ich. Zwischen, wie heißt das hier, Duisburg und Calais bin ich jetzt ziemlich mittig. Ich weiß nicht, ob wir schon über den Huckel, also über die Autobahnkreuz, da wo man so abhebt. Nee, ich glaub nämlich nicht. So, warte. Warte, ich, äh, bin jetzt gerade auf einer Tankstelle. So. Ähm. Weltkarte. Hallo? Hallo. Meinst du, äh, Autobahnkreuz? Ja, da wo man so abhebt. Ach so, also, das Kreuz über A1, ne? Ich glaub schon. Boah, hast du ja ein bisschen, ne? Nee. Ich bin Rotterdam. Rotterdam. Ach da, okay, dann kommst du da runter, okay, da. Wart mal. Wir fahren jetzt nach Calais. Okay, dann waren wir da noch nicht. Du Spender, Alter, bleib doch auf deiner Spur, du Wichser. Okay, dann treffen wir uns, äh, dann bei der, oben bei der Autobahn-Auffahrt. Los, nicht auf deiner Spur bleiben, Wichser, ich denke. Alter, mep. Oh Gott, ich werd hier nicht runterkommen. Ja, alles gut, ich komm nach oben. Dauert nur ein bisschen. Bleib irgendwo stehen, Ferdi. Ich hab Halt, weil der eine Penner hier nicht, äh... Also, ich hab Tab an, wenn ich dich seh, sag dir Bescheid. Boah, ich bin zu Trosten, Gott sei Dank. Alter, die waren zu dritt nebeneinander, ey. Wie soll ich da denn ausweichen, weißt du? Ja, ja. Ich hab dich auch zum Glück noch fliegen sehen und so weiter. Alleine zum Glück noch fliegen sehen? Du Ratte, ey. Ich hab dich zum Glück noch fliegen sehen. Wie viele Kilometer hast du vor dir? Warte, lass mich erst mal ein Fernlicht wieder aus. Obwohl, nee, Fernlicht anlassen. Ich seh hier links nicht. Überholer. Ähm, 278. Hä, ich hab noch 276, da hast du ja noch, musst du ja noch lange, wie hast du da hinfahren? Ja, hab ich ja gesagt. Ich muss noch ein bisschen. Wow, okay. Ab der Leiter. Ab da, Mann! Kifi-Killer, den haben wir auch schon öfter gesehen. Ja. Seagame666 auch, Alter. Mieser Typ, echt ey. Richtig guter Fahrer. BoggyLP auch, ne? Nee, ist vorzuhig. Ich hoffe, ich hoffe mal, dass er mich mal irgendwann mal aufnimmt, aber leider... Ich seh mich nie in seiner... Ah, Verfolgen! Alter. Was für Assis hier rumfahren. Ich hätt nicht mit gerechnet, dass ich erst halt hier umfalle, heute. Ach. Da konntest du halt nix anderes als du oben fahren. Alter, ich mein drei, wie heißt das jetzt hier? Drei Stück, weißt du, Alter, was ist los bei dir? Da vorne ist die Autobahn. Wie viele Kilometer noch? Ach, siehst du? Okay. Ach, du Kacke. Alter, wie viel sind denn auf einmal da? Auf der Autobahnbrücke. Ja, wie viele sind denn da? Ich hab 30, zwei. Welche auf? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Bist du da? Ach, da bist du. Ach, da bist du. Ja. Dann fahr ich mal ein bisschen langsamer. Ich hab ja noch keinen hinter mir, oder? Ähm, ja, warte mal. Wow! Was? Ohohoho. Der ist einfach so in der Runden. Alter. Maka, warte, bist du? Warte mal, sag mir Bescheid. Ja, 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 ich bin hier vor. Also, du musst... Kannst fahren. Nein, 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 nein. Kannst fahren, kannst fahren, kannst fahren. Da haben wir gut abgepasst. Alter, 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 alter. Ich musste nicht sonderlich viel Gas wecken. Aber war auch gut, dass ich ein bisschen gebremst habe, weil sonst hätte mich der eine da voll weggekickt. Der ist ja voll, äh, die Auffahrt runter, also die Abfahrt runtergerast und, äh, mit rund 160 Sachen auf dem Rasen gefahren. So, jetzt beten wir, dass wir, ja. Alter, wie du abziehst. Zieh nicht so ab. Was hast du denn, Anton? Keine Ahnung, ich will hier nicht gucken, weil hier ist... Du hast mehr wie ich, ach ja, du hast mehr wie ich, ja, ja, deswegen. Alter, der überholt schon wieder, weil ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab... Wieso? Achso, da, lau... Äh, Alter. Wie die alle hier, äh, Fernlicht anmachen. Hahaha. Das ist lustig. Ja, die wollen mich darauf aufmerksam machen, dass ich, äh, Fernlicht an habe und, äh... Naja, das blendet ja auch ganz schön. Alter, der wollte schon wieder hier an. Ich würd's einfach mal sehen. Der hat auch Fernlicht an, der hat auch Fernlicht an. Jetzt mach ich mal aber Fernlicht aus. Ah, hier ist, wie heißt das hier? Der Zug... Oh, fährt gerade einer lang. Ach, deswegen ist hier gerade so frei. Oh, Mann, ey. Könnt ihr das nicht mal, wie heißt das, ändern? Wieder gegen die imaginäre Wand gefahrene. Ah. Das ist ja schrecklich, echt, ey. Ich fahrt hier schon ruhig aus, weißt du... Oh, was? Dinger sind oben, Alter, zack. Trotzdem gegen gefahren. Naja. Und noch einer überholt. Alter, was sind wir für Assis? Und... Oh, schau. Das ist die absolute Horror-Action-Folge hier. Die Euro-Horror-Picture-Show. Oder was? Kannst du nicht die Rocky-Horror-Picture-Show? Nee, ich glaub nicht so. Ist auch gut so. Was ist mit denen los? Was ist das mit denen? Dann fuhr anständig. Alter, mein LKW rutscht die ganze Zeit. Ich glaub, ich mach den... Alter, wo wäre er denn denn? Ich mach den Scania auch als Sechs-Achser-Drei-Achser. Das ist mir... Das nervt mir. Das nervt gewaltig! Was ist mit denen los? Alter, hör auf zu sagen, was ist mit denen los, Alter. Wie oft du das sagst, ist echt anstrengend, Alter. Ja, das ist auch wirklich anstrengend hier. Wieder einer, wer gespawnt, Alter. Heftig. Das war mal jetzt nicht so schnell. Ich will dich fliegen sehen. Ja, schade, dass der eine mich weggebumpst hat. Sonst wär's echt ganz praktisch gewesen, ey. Aber Alter, was soll ich machen? Was aber Schaden bekommen hat? Ja, fünf Prozent hab ich am... Wie heißt das? Sechs Prozent hab ich am Hänger. Was soll's? Geht aber noch. Hätte schlimmer kommen können. Dafür, dass ich auf der Seite lag. Mhm. Alter, ich muss echt hier... ...vorsichtig fahren, weil ich hier andauernd am Rutschen bin. Pizzaman, yay. Ey, Pizza! Pizza-Hawaii mit Doppelkäse und Extrakäse im Käserand. Bitte. Danke. Und ein Wrap hätte ich auch gerne. Und ein Ring of Fire und ein Pizzabräuchchen und Pizza-Snacks und Rolls und... ...und eine Kuh. Aber die EAT. Ja. Boah, Alter, Alter. Und alles schön fertig. Und dann eine Sucuk-Pizza noch obendrauf. Boah, Sucuk, Alter. Boah, Sucuk-Pizza. Die Sünde unter den Pizzen. Ah, Sucuk-Pizza ist geil. Und ultra fettig. Echt? Da hast du aber immer Pech, ey. Also ultra fettig ist sie nicht, ey. Boah. Aber ich liebe es. Genau wie die Kroketten von deiner Mutter, Alter. Jetzt ist sie nicht fettig. Alter, du stehst ein bisschen auf meiner Spur, ne? Ist dir schon klar? Boah. Boong. Diese Kevin-Zastas-Aufnahme. Ich glaube, der ist gerade rückwärts gefahren, oder? Der ist da voll reingefahren. Naja. Ich habe nur den vorderen fliegen sehen. Ich muss mal ein bisschen langsamer fahren. Damit ich auch was sehe. Ich bin jetzt langsamer deutlich. Scheiße. Wo war der denn? Alter, ich fahre 60. Fahr doch mal zu, Alter. Ja, hallo. Ich muss... Weißt du, wie mein LKW rutscht? So, jetzt geht's los. Und hier sind so viele, ähm, äh, hier, äh... Dings, äh... Äh, Kurven. Es muss echt am Wetter denn liegen, dass du so rutscht, weil das ist ja übel. Oh, der leckt. Na, wo war denn? Der leckt ja gerade voll hier rum. Alter, wo wir älter hätten. Oh, Alter. Rechtsüberholen ist hart. Hä? Oh, der hat ja eine Motorfehlfunktion. Aber es bringt trotzdem immer wieder Spaß, äh, ne? Duisburg-Calais ist immer wieder was wert, obwohl wir Witten in der Nacht sind, Alter. Und wenig Verkehr ist, Alter. Trotzdem nur Scheiße. Und Regen. Ja. Sturmwetter. Huch, Alter, da hat sich einer eingeloggt, gerade. Direkt neben dir. Haha, heftig. Alter. Das berühmte Seil. Das ist eigentlich immer noch deine 100er Packung. Nee, ich hab mir schon eine 1500er da geholt. Oh, geil. Geht voll ab, Alter. Aus Schweden explodierte. Geil. Die sollen ganz besonders reißfest sein. Die sind überheftig, Alter. Ich hab auch kaum nur noch Verluste, ey. Geil. Also, das hält sich hingrenzt. Wie teuer waren die? 24,99. Muss ich mal gucken. Vielleicht bestellen wir auch mal ein paar. War aber die Marke Ululu, ne? Kein Gas gibt. Hier wirst du richtig durchgeschüttelt, Alter. Echt heftig. Hilfe. Hilfe. Boah, wackel, wackel. Hilfe. Boah, wackel, wackel, wackel. Äh, da kommt ein Pkw, der gerade, äh, Leitwackel ist. Was hat der denn gemacht, Alter? Der hat gehoopt und ist in die Leitflung gefahren. Es gibt schon echt heftige Vollidioten, ne? Aber gleich sind wir an der, äh, der Hölle entschwunden. Ja. Oh, es muss endlich mal aufhören zu regnen. Ja, das wär echt mal ein Ding, ne? Das ist auch voll über... Ey, geil, aber der rechte, die Spiegel sind regenfrei. Da siehst du keinen Regen drin. Nicht schlecht. Regenfrei seit 2, 3. Hier wurde ich das letzte Mal, äh, von zwei Necken, denn... Pkws! Alter! Was ist denn mit meinem Lkw los? Der rutscht, ey, voll. Scheiße, wo muss ich nicht lang, Alter, heftig. Das, ich seh ja die Straße... Schweinefleisch, frisches Schweinefleisch... Ganz frisch. Admin ist da. Hier ist unadmin. Ja. Der ploppt einfach vor mir auf. Ah! Seba Heinz. Oh. Das ist bestimmt bei der Merkstatt. Ey, ich musste in letzter Zeit nur noch diese Billigdinger einparken, Alter. Ich hab gar keine Herausforderung mehr. Was ist denn hier los? Wo muss ich hin? Geht doch hin! Was ist hier los? Das seh ich irgendwo deinen Namen, ne, Alter. Ach du Scheiße, wo bist du denn? Hier sind so viele! Alter. Bist du hier bei mir in der Nähe? Ja, tatsächlich. Du bist hier irgendwo neben mir. Ja, da ist Hallöbel, Alter. Ich versuche gerade hier einzupacken in der Masse. Ich finde, es ist hier jetzt gerade frei. Mike Donner hat da, äh, wurde gekickt. Der wurde zu häufig geblitzt, der Donner. Machen wir sonst mal mit dem Lkw nach, ähm, nach, nach, Duisburg-Pikern, also, äh, ohne, äh, Auflieger. Können wir machen. Ach so, zum Abschluss, weil dann, keine Ahnung, geh ich glaube ich auch mal ins Bett. Riesenstein. Na, das machen wir dann noch in dieser Folge. Ich bin jetzt Level 19. Du hast Zerbrechliefer. Ja. Gemacht. So, überzogen, aufgezogen, umgezogen, verzogen. Alter, hör auf! Was denn? Ich höre es nur im Hintergrund. War das schon wieder so aggressiv, oder? Alter! Mann! Willst du, äh, vier, äh, vier Spuri, also vierer fahren, oder? Also, äh, drei Achsen fahren? Ja. Ja, unbedingt. Auch wenn, auch wenn das schade um die Lackierung ist. Ja, ne, komm, dann lass uns, ach so, ja, scheiße. Ja, dann, ja, oder nein? Ja. War doch da vorne, direkt, soll ich, ne? Dann mach ich aber nochmal hier kurz, äh, Bank. So, und dann sollten erstmal locker reichen. Ich nehme auch mal ein paar Euros nochmal. Wartung. Null. Loh, komm, abkrab! Hör auf zu lecken und fahr! Boah, alter. Das war jetzt meine Dummheit. Ich glaube, ich mach mal ein schwarzes Biest, alter. Ein schwarzes? Hast du was gegen schwarze? Aber ich glaube, ich mach mal auch mal schwarze, ist eine sehr gute Idee. Nein, alle meine Punkte sind weg. Oh, ich voll Idiot. Was für Punkte? Ich muss abbrechen. Ja, wie heißt das hier, meine, ähm, Lichter vorne, die im Grill, weißt du? Ach Gott. Das war anstrengend, wenn du da einmal was wegtüdelst, weißt du, dann hast du verkackt fürs Leben, alter. Das ist echt ein Problem. Das ist echt ein Problem. Gibt es hier keine Matte-Lackeur? Warte mal, mach mal. Mal. Alter, was ist denn hier los gerade? Hast du ein Tripper? Ja. Ist doch eigentlich gar nicht schlecht, so ein schöner Tripper. So Black Beast. Ist doch noch mal. Ist doch noch mal. Ist doch noch mal. Was ist das? Alter, ich fahr schon wieder nach links, obwohl ich nach rechts muss, ey Das gibt's doch eigentlich schon wieder gegen die Wand gefahren Oh Mann Ich weiß auch nicht, ey Oh Gott, jetzt muss ich auch noch... Ah, scheiße Alter, dieser Regen, der kann doch mal weg sein, das ist doch nicht normal Aber echt So Maka, sag Bescheid, wenn du fertig bist Mit den Nerven? Ja, das sowieso Soll ich das da dran? Nein Soll ich das da dran? Ja Statement eigentlich schon wieder hier irgendwo in der Nähe Mal gucken Bestimmt Bist du noch nicht fertig, ne? Nein, noch nicht Aber ich muss mich jetzt langsam beeilen Weil ich sonst gekickt werde So F4 Front und Dach Front und Dach Ab ist fertig, ach ja, genau, nehm, nehm, nehm So, ähm... So, ähm... Geht los, oder? Dings anmachen und... Bin fertig. Oh, das fliegt. Ruckelorgie! Bist hinter mir? Ne, ne? Ja doch, da. Tobi, Tiger, Alter. Tobi! Tobi, 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 Tobi. Alter, warum bist du? Ich fahr nicht Vollgas, gerade. Oh, der ist voll gegen... Boah! Habe ich jetzt fast einen Fehler gemacht. Ich werde hier überholt. Jo, der ist voll abgehoben! Ja! Ah, ich liebe sowas. Geil! Hat voll Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Fahrer kann schwer verletzt, ist kein Haus. Schädel-Hirn-Trauma. Lass uns den hier gleich noch schnell überholen, komm. Lass uns den hier gleich noch schnell überholen, komm. Ich fahr irgendwie... Ich fahr irgendwie immer ein bisschen zu schnell. Ähm... Geht an. Also hier muss ich irgendwie die ganze Zeit, äh, 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 mit, äh, fetten Licht fahren. Mach ich jetzt auch. Boah, Mats, alter! Hey! Mhm. Boah, 145 kmh. Und mein Lkw rutscht immer noch. Echt? Also das verstehe ich jetzt nicht. Dann hast du einen Fehler im Spiel. Na toll, da ist der erste zum Überholen. Aber, ne? Mach mit. Ne, da sind mehrere. Oh man, na ja, gut. Warte, wir können noch mal ein bisschen langsamer fahren. Wir müssen nicht halt's wie die ihre. Wir müssen nicht halt's wie die ihre. Wir müssen nicht halt's wie die ihre. Wir sind 50, alter. Coca-Cola Company. Co-Co-Co-Co. Ja, alter selbst. Hey, überholt. Äh. Er hat richtig lange freie Fahrt. Äh, ihr fahrt ein Rennen. Oh ja, jetzt sollte er aber schnell. Er hat's locker gepackt. Alter. Oh! Da hab ich aber gut reagiert. Hahaha. Wie kann man auf die Idee kommen zu überholen? Alter, ich weiß das nicht, ey. Ich mein, ist der Mensch nicht oder was? Wollen wir uns den hier jetzt gleich mal schnappen? Ja, das sind voll McBadgen. Oh ne, da kommt einer. Ähm, okay. Das, ähm, das wird hier nix mit überholen. Ne, hier nicht, alter. Hier ist irgendwie. Hier ist Highlight von Dosen. Und diese Dosen sind noch nicht mal auf. Oh, alter. Habe ich aber gerade ein bisschen überhastet reagiert, aber gut reagiert. Ach, der hinter uns ist auch irgendwie was los, ne? Naja. Hier staut sich der Verkehr. H1 Richtung Calais. Drei Kilometer, C fließender Verkehr. Fahren wir gerade nach Calais, oder? Ne, wir fahren nach, äh... Wir kommen von Calais. Ja. Wir fahren nach Duisbosch. Okay, hier ist so und so nicht gut mit überholen. Noch so'n, noch so'n Terror-Lied. Ach ne, gar nicht, das ist Endless Legend. Ups. Sorry. Ich dachte gerade, das wäre, äh, ja, Camellia. Wie sieht's denn aus? Genau vor dem fährt noch einer, ne? Das ist echt nervig. Äh, mehrere. Obwohl, genau vor dem hier nicht. Gerade nicht. Also das ist der mit den Containern da vorne. Das ist der nächste. Ja, stimmt, ja. Ich seh's gerade. Also... Aber hier erstmal nicht überholen. Hier wird's ein bisschen... Ja, hier kommt ein Auto. ...zu brutal. Oh, alter, da steht einer mitten in der Kurve. Ähm... Was ist das? Hä? Loi. Boah! Boah, alter. Ja, genau. GENAU! Boah! Metiatom, alter. Alter! Scheiße. Er ist auch völlig losgelöst von der Erde, alter. Ich wollt grad sagen, der Regen hört auf. Ne, da oben war ne Brücke. Äh... Ich bin voll gegen die... Wegen dieser scheiß Kamera hier wieder. Oh, hier ist wieder ein Admin in der Nähe. Und jetzt Final Fantasy. Muss ich unbedingt wieder weiter spielen. Ich weiß, ich sag das jedes Mal, aber... Hast du glaub ich schon in jedem deiner Let's Plays gesagt, ey. Und ich mach's nie. Voll doof. Da kommt ein Raser von hinten. Ja, der überholt jetzt. Den lass ich hier nicht rein, alter. Oh! Oh, ich muss ihn reinlassen. Wow! Wow! Alter, ich hab grad deine Rückleuchten geknutscht. Ja, geil. Alter! Wie ist denn der abgehoben? Oh! Alter! Hör auf zu lecken, der Hundeson! Alter! Alter! Hör auf zu lecken, der Hundeson! Alter! Das leckt, alter. Und dann, wie heißt das jetzt hier? Steht da auf einmal. Oh! Ah, jeder der hier bremst, der leckt auch irgendwie dann kurz. Das ist so dumm. Hör auf zu bremsen. Kommt da einer von vorne? Nein, im Moment nicht. Nee, kommt keiner. Alles gut, hau rein. Jetzt kommt einer. Ja, jetzt kommt einer. Alter, du bist doch schon lange vorbei, oder nicht? Jetzt bin ich gerade, er ist vorbei. Alter, wollte er mich knutschen. Hatte der Gefühle? Das bringt Spaß mit'nem LKW. Fast mehr wie mit'nem Auto, Alter. Ja, auch wenn's teurer ist, aber egal. Ja, ah, was soll's, Alter. Es ist mehr... ...herausfordernder. Oh, Alter, hier ist ein bisschen mehr los, ne? Achtung, aufzulecken! Ach, hier ist das Autobahnkreuz. Also Autobahnauffahrt. Hier haben wir uns echt perfekt getroffen, mega krass, Alter. Ja. Alter. Hör auf zu hupen da hinter mir! Ich weiß schon, dass, äh... ...hier Stau ist. Hör auf zu hupen da hinter mir! Scheiß bremsen! Scheiß bremsen! Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, no! I'm stuck! Wer soll auch, wer zu schreibt oder fahren, Alter. Ja, echt, Mann. Hell, no! I'm stuck! Oh! Schaden hab' ich jetzt eigentlich schon. 15, Alter! Oh, nein! Zu eng! Oh! 15 Prozent, Alter! Boop, 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 boop Ih, da war ja Velo lackiert Oh, und schwarz oben weiße Heiße, da kommen wir auch nicht vorbei, das ist der Drecke Ja Diese zwei, das sind echt zwei, die fast einer sind, so ein Modul Da ist kein Platz zwischen Mann, ich will auch mal hier Tankanhänger haben Das ist Kamalia Na, was ist denn hier los? Alter! Oh, da ist einer geflogen Reitgeboxt worden Ach, wenigstens will er jetzt weg Nein, noch nicht, nee, nee Ach, der kam gar nicht, oder? Der fährt ganz langsam Äh, der steht da, oder? Ja Na toll Na, jetzt kommt aber einer Einer ist gut Nein, da war nur einer, okay Kommt da einer? Nee, nee, da kommt lange Zeit keiner Nee, jetzt kommt der ist einer, aber der ist noch weg Oh, jetzt hast du es wieder schnell fahren Oh, ich hasse das bei Regen Oh, Alter, ein Glück kommt jetzt keiner Ich bin hier mal rausgeschwemmt, ey Hau die Hacken hinterher, das kannst du doch voll durchbrettern da Ja, genau, Kreuzung, voll durchbrettern Ja, ja, da klapp ich da auch Alter, wieso hängt er mir jetzt so dicht an der Fersen? An der Fersen Ja, ich doch auch Alter, jetzt hängt der, nee, hängt der nächsten LKW Hau die LKW D B-r-1, sieh Hau die LKW Hau die LKW B-r-1, Deutschland, gerade das Ergebnis B-r-1, so B-r-1 was motor für funktionen wird alter was ihr gottes noch auf die kommt ist vorbei ja der hinter mir auch alter wieso fährt der jetzt auf einmal so zackig der drängt die ganze zeit mir am arsch glastransporter muldenkipper ort hier hat sich die monge schmadtmüller was habe ich dafür bremsen alter sind die abgefallen oder regen was macht er hinter mir macht nicht ja aber die ganze zeit will er damit mehr aufmerksamkeit auf youtube haben da ist er bei mir einer schlechten adresse das gibt es doch die haben drei tonnen auf der drei tonnen füße verstehe wenn ich andere mit autos fahren und dann die bremse umschalten ich habe die bremse gestaltet ich verstehe nicht warum ich recht absolut kein bremseffekt weil wir das wieder runter gestellt haben ja ein bisschen runter ist ja klar wir fahren ja nicht mit dem auto wir fahren mit dem scania ja aber auch ein lkw hat sehr sehr viel gewicht normalerweise wie heißt das hier bremst du doch besser ich verstehe es nicht mit ladung bremst du besser als wie ohne mit ladung hast du auch mehr reifen ja aber trotzdem ist echt ein ding ich bin jetzt schon vier fünf mal den vmi reingefahren die lkw hat wenn er jetzt mal klatschen alter klatschen Miep! Boah! Läuft! Läuft! Geht weiter, komm! Ja, ich werd überholt! Los, los, los! Ja! Oh, schade! Ah! Was ist mit denen los?! Was ist mit denen vorne jetzt los hier? Hä? Ey, sorry 879 schreibt er, das wäre echt cool. Ja, sah auch so aus, als ob er einfach nur die Kontrolle... Na, ist das ein Admin da hinter uns? Boah, warte... AHHHHH! Seht ihr los?! Alter! AHHHHH! Mit Ladung kann ich nicht so schön, äh, Außenperspektive gucken. Ja, Alter, jetzt zieh da rüber! Ich will überholen, jetzt zieh da rüber, oder was? I have Lack, ja? Ach nee, ist das der? Ich wollt grad sagen, Alter. Alter, jetzt! Die Lotta! Erst will er, dass sich überholt, dann will er, dass... I have Lacka! Lacka mio grande! Den Arsche Puppeloche! Alter, der ist aber grad am Necken zu! 50 EP! Für alle Kilometer! Wupp! Wupp, Walter! Hm? Er macht hier grade wupp, 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 wupp nach vorne und wieder zurück, ja? Geil! DJ Son Goku! Ja! Mäh! Hä? Ja, weil der beschissen... War das dieser Espanier? Nein, der vor mir war! Ja, war das der... Ah nee! Hä? Nuckel! Warum wurde der denn weggegeben? Wow! Einfach weg! Aber der ist doch anständig gefahren! Rennen? Ja, eigentlich schon, ne? Ach! Vielleicht war das vorhin tatsächlich ein... Äh, äh... Uah! Vielleicht war das tatsächlich ein Admin gerade eben! Aber was hat er denn gemacht, er falsch ist gemacht jetzt? Keine Ahnung! Vielleicht ist er kurz auf der Gegenfahrbahn gefahren, oder? Ja! Ihr hattet doch... Ihr hattet doch vorhin, ähm... Ja, ja! Und da, äh, da ist dann kurz davor, glaub ich, äh, jemand, ähm... Oder kurz danach, äh... Jemand, äh, äh, auf den, äh, grünstreifen gefahren! Also, äh, ne? Wollte dann da parken! Ich denke mal, das war ein Admin! Der das gesehen hat und den jetzt den kicken wollte! Auf einmal ist der weg, echt? Hä? Geil! So kann man auch überholen, ne? Sag ja, du bist heute der Terminator! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Weg ist er! Pupp! Oh, ihr folgeschickt schon ne Stunde! Ne! Bla rebelafle-bue-baralàaleah! Oh, man kann viel Funktionen oder uns Blitzer, ey, ich dachte gerade den Flex kaum bientôt... wáhahahahahahaha! Ja wrapper! Ja Edward! Im Richard Easy dafür ist ja geliebt! Alter, auf einmal ist der Wegbombi, ey...! accepting speech 45 Alter der eine ist doch direkt im E WUHU Ich hab das Gefühl, dass ich alle behindert habe Was ist denn hier? Mini-Staub Was denn? Oh hier gab es Beule Ach hier ist der Espanjer Ah 1 G für Spanjer 4 Rüssel 2 5 7 Ach hier wieder der 1 2 3 4 stimmt 1 2 3 3 Warum ist der so schnell früher da wie wir? Weil das doch der Raser ist der Mich doch so krass überholt hat Ja nein Ja doch 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 ich hab gesagt Espanjer Aber 1 2 3 4 fuhr doch die ganze Zeit brav vor mir teilweise Komisch Ja das war ja danach dann Versteh ich mir Ist ein Ding Der hat uns überholt und ist dann halt dann Da Die ganze Zeit weiter gefahren Ist ein Ding Was macht er denn jetzt hier in der Stadt überholen? Da 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 Alter also ganz ehrlich meine Bremsen die sind einfach die sind nicht vorhanden Ähm Boah Alter Keine Bremsen da Keine Bremsen da Ja das war ja absolut nicht äh Ja das war ja absolut nicht äh Absichtlich Läuft Läuft Parki parki Locki locki aus schon Hähnchen Ich mach natürlich erstmal hier Ich mach natürlich erstmal hier Oh ne das nicht Ähm erstmal Licht aus Scheinwäsche aus Motor aus Ich lad grad echt mal die beiden Bilder hoch Oh du wie heißt das wirklich einmal da bist Und einmal weg bist ne So wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss